Ich bin Wendif und es geht weiter mit Let's Play GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Suchaktion nach einem Hotdog-Stand oder ähnlichem. Entschuldigung, was du kriegst, Jack? Dann kommen wir von diesem Tony-Missionen-Strang nicht weg. Das hat immer irgendwas zu tun. Ich meine, wir haben ja auch noch drei andere, aber macht ja nichts. Die können ja warten. Das ist ja nur unsere Mutter und... Gut, Yusuf Amir haben wir nur einmal gesehen und Mori... Keine Ahnung, das ist Hensel. Achso, ja Mori kann ich jetzt schon mal kurz ein bisschen spoilern. Mori ist der Bruder von Brucie. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie der Brucie mit Nachnamen heißt. Ich hab's mal gewusst, aber ich hab's vergessen. Ein Spanier, der deutsche Bratwürste verkauft. Und das in Amerika. Sachen gibt's. Ja, wir haben natürlich das beste Auto für den Auftrag ausgesucht. Ich nehme jetzt gerade wieder sechs Folgen am Stück auf. Die Folgen 6, 7 und 8 laden gerade hoch. Folge 8 meint er einfach mal, 6500 Minuten zu brauchen, bis es hochgeladen ist. Ja, den Kran haben wir ein bisschen, ja, mit Steinen beworfen. Beziehungsweise der ist auch ein bisschen über seine Schnürsenkel gestolpert. Boah, die Karre lenkt sich halt echt wie so ein Stück Brot. Wahnsinn. Aber überhaupt die ganzen Autos. Auch schon in, ähm, The Lost and Damned. Irgendwie haben sie da die Driving Skills ein bisschen runtergeschraubt, hab ich das Gefühl. Ich meine, jetzt fahre ich schon sehr langsam um die Kurven. Und ich krieg sie trotzdem nicht. Ja, hier, guck mal an. Ich fahre hier die ganzen Laternen über den Haufen. Oh ne Kacke. So, aber nächste Mission für unseren Boss. Oh, nicht sogar. Oh, schau, wer es ist. Jesus, du kannst nicht oder was. Ich meine, mein Herz ist hier 200 Meter pro Minute. You almost put me in the hospital. This is good blow. Here, gimme some. Oh, no. Listen, Gracie, tell your father, tell him. Tell him you've been selling me coke, he will love that. No, 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 I don't mean that. I mean, tell him, tell him I'm okay. You know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Luis, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out, like me. You people. Luis is always such a buzzkill. You're meant to be having fun here. I'm having fun. I am. Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, Rocco. Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rocco. I will be so angry. Where did he go? Who? What is wrong with you, man? You are ruining my buzz, Luis. Tony, where's Tony? He is over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. Oh, he doesn't. Get up. No. Come on, get up. Get up, you has-been. No good 1980s throwback relapse junkie fig. What's wrong with you, Tony? Get up, baby. Oh, ladies and gentlemen, more shots. Oh, hey, hey, hey. What, guys? What's going on? You tell me, boss. What's going on? What? Why'd you call? I don't know. Because of that thing, T? Come on, that sparkly thing. Wake up, you junkie fig. Oh, right, right. That thing. That shit. Right, that thing. OK. All right, Luis. All right, we got to go. All right, ladies, have some fun. Keep your septum soul in one piece. Jesus, man. I feel like a camel's shot in my mouth. Well, at the end, it wasn't fun. Here we go. Oh, no, 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 not again. Not again, no, 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 no. Hold on, guys. I want to come, too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever, bitch. Come on. So anyway, 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 Sharon, I think I'm going to sell my car. Oh my God, that is so funny. Wait, what's so funny about that? Absolutely nothing. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Immer diese Junkies. Shit, limos. I know I had a big night when it's one of these stupid things. I'll go with the driver, Lou. I need a bit of peace. Take Evan for me. Left me with my favorite person. Perfect. East hook, please, driver. What the hell are we doing, man? Listen, Luis. I'm not in a different car. 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 What do you mean, Evan? Tell me everything, you know. Really? I mean, how much information are you privy to? You're just the fucking driver, after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of shit who's using Tony, and you're only going to be hanging around for two to three months before Tony moves on to another chunk. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are going to send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're going to be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. Now tell me what the fuck we're doing right now. That attitude's not going to hit you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Oh, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun. Wow, alter. What are we doing going to the docks in Isu? Man, you have to stay all right. Just wait. I see how the limbo looks again. Yeah, I know that money can't be his, unless you're far with it. Where's it from? What the fuck should I know? I'm full looks, not being killed. Oh yeah, I forgot. You just stored the money. You don't know where it comes from. The money could be Bracos, it could be Gracie's. Who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, Rope. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Whoop, whoop. Gonna hit the shops today, baby. Even fucking better, brother. Even better. Das Taxi Depot von Roman is ja auch abgebrannt. Und wieder das altbekannte GTA 4 Navi is natürlich auch wieder da. Beziehungsweise wieder mit von der Partie oder wieder mit dabei. Die Limo gefällt mir aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Die hat keine gute Ausstrahlung. Und man kriegt keine Kurve mit der. Aber diesmal sind wir aus einer anderen Sicht in dieser Mission. Vorher waren wir mit Johnny Klebitz, jetzt sind wir Luis. Dann... Dann... Dann I'll get the ice. Hold on. How do you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, are we cool? Ugh. Let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So, no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Cállate, por favor. Ah, here's the lost bike again. You're a chef. Welcome. Yeah. I had a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation and what's the price? Look, here's the money we're great upon less 10%. Just give us the ice. All right, all right. Tony, can I hold them? Ha. Thank you. Thanks. Oh shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Kevin, take him to the club and don't fuck him out, okay? So. We're not going to be an explosive expert by now. Get him! Oh, right up ahead. No. 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 Yourself's gonna have to take another smash. No. Schrauben die Scheiße ab! Verdammt, da ist eine Van voll von ihnen! Und dann halt hast du nach unten. Kannst du vielleicht mal ein bisschen Gas geben? Das ist jetzt nicht so, als wäre es hier gerade eine Spazierfahrt oder so. Der lebt halt immer noch. Jetzt nicht mehr. Wow. Ich hätte vielleicht noch eine Panzerung kaufen sollen. Oha, was kommt denn da jetzt für ein Teil? Jesus, get rid of that thing, it's freaking me out. Okay, der Panzerwagen ist schon mal weg. Okay, das Bike ist auch weg. Habe ich schon kein Problem. Aber du solltest jetzt wirklich mal Gas geben, lieber Kumpel. Wir sind hier richtig am Arsch, besonders ich. Ich bin fast down. Okay, da vorne ist eine Straßensperre. Was ist das? Was wird das tun? Ich nehme das Rad, Mann. Just calm down, einen Moment. Wer war denn Kostas? Den Typen kenn ich nicht mehr. Aber wir müssen jetzt wirklich die Bullen loswerden. So, da kommen auch noch einige Missionen, auf die ich mich schon mal gar nicht freue. Es müssten... ...zwei Stück sein. Oder? Doch, zwei Stück. Die sind weg, Mann. Ich werde dir zurück. Was ist passiert mit Evan? Er ist der andere Weg mit den Diamanten. Er ist wahrscheinlich auf den nächsten Planen zu Los Santos, wenn ich mich. Er ist nicht auf die Telefonnummer. Ich werde ihn auf die Telefonnummern. Er ist nicht auf die Telefonnummern, wenn ein paar Werteilungen sind, Bist dich doch mit deinem scheiß Cabrio, meine Güte. Bist dich doch mit deinem Scheiß, deine Güte. Bist dich doch mit deinem Scheiß, deine Güte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.